Wenn ich sag jetzt den Arik an, dann habe ich mich vertan, ich sag nicht den nächsten Künstler an. Ja, du interviewst ihn ja, den Arik. So, ich hab schon ein bisschen den Namen verraten, es ist keine Überraschung mehr, wenn ihr aufgepasst seid. Ein Riesenapplaus, meine Damen und Herren, er kommt den weiten Weg aus Dresden hierher. Arik Frog! Das ist eine kleine Umbaupause noch, das ist live, meine Damen und Herren. Wir können vielleicht den Künstlern dabei zugucken, er hat Kabel in der Hand und es dauert auch nicht mehr lange. Das hätte man ruhig mal vorbereiten können. Denkt man sich, aber das geht natürlich nicht bei so vielen Künstlern. Arik Frog aus Dresden, wir wollen noch nicht zu viel verraten. Heute mit Mütze, aber wir sind ja nicht in der Kirche. So, was ist das Mikro noch? Nimm das da oben. Okay, hallo, ich bin Arik Frog aus Dresden. Ich fange einfach an. Mr. Mon. I walk around this empty street, Mr. Moon, walking away if he's my shadow. I stop the mysteries of you, give me a feeling that I'm still using you. It's too late getting on, I make such a light , just for to shine bright. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Just you and me 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020